Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserem nächsten Abenteuer im Nebelstachern. Mal gucken, was daraus wird. Aber die Musik ist geil. Warum sind wir hier, Tommy? Den Polizeibericht ist Robert Harden hier zu finden, der Zeuge, der gesehen hat, im Bild, dass Scout den Chinesen umgebracht hat. Was stand denn noch in dem Bericht, Tommy? Dass sich dieser Fall der ungeteilten Aufmerksamkeit von Detective Inspector Talbot erfreut. Der Volip, der uns vorhin die Nachricht gebracht hat. Ja, genau, Polly. Genau der. Es ist sein Fall. Aber du spürst, dass irgendetwas nicht stimmt, oder? Das Gefühl habe ich auch. Finden wir den Zeugen, dann sehen wir vielleicht langsam klarer, was dem Wort angeht. Du glaubst nicht, dass Scout den umgebracht hat? Dann wäre mehr Blut an seinem Anzug gewesen. Ein normaler Kleineranzug ist voll mit Blut. Ist mir auch schon aufgefallen. Meinst du, dass wir deswegen geklaut? Kann sein, aber sehr wichtiger. Warum tötet jemand im Opiumrausch? Das ist irgendwie alles sehr unwahrscheinlich. Aber wenn Scout nicht das war, wer war es dann? Um das herauszufinden, sind wir hier, Ada. Wir suchen unseren Zeugen und hören uns an, was er dazu zu sagen hat. Bestimmt gibt es keinen Zeugen. Das ist alles voller Polizisten. Deswegen seid ihr da, Ada, Polly. Die E-Mail soll euren Charme aufbieten, damit Polizisten woanders hin schauen. Sie dürfen nicht wissen, dass ich hier bin. Ah, der nutzt also die Frauen aus. Fängt schon mal gut damit an. So, Ada. Und Tormi. So. Du bleibst hier drin. Ah. Du kannst dann hier später durch. Aber. Und da ist, ey, der gefuckt. Zack, 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 zack. Kummel, kummel, kummel. Tuschel, tuschel, tuschel. Tuschel, Lee, tuschel da. Polly ist wieder da. Gucken wir mal, was Tormi in der Zeit gemacht hat. so was ist das denn hier es es macht alles sind bestechen poly kann bestimmte gegnerische charaktere bestechen das schaltet ihre lichtkekel dauerhaft aus gehe auf ungepflegte betrunken aussehen der politen zu und drücke space um sie zu bestechen hin weil sein charakter zu beschäftigen gilt für die galaktion wenn toby poli dabei entdeckt wird der charakter schlicht scheitert die mission haben wir ertappt ja gut müssen wir früher hin als gedacht okay poly kann es sein dass du ein bisschen was verpasst hast so eins so ada fräulein der nacht leute ein bisschen mit ihm so poly schlösser knacken poly kann schlösser bestimmte türen knacken was poly alles kann schlösser knacken in der zeit gehen ada und tommy machen sich fertig so und ada das letzte zahnrad in der großen kette poly wird es leichter fallen diesen kerl zu bezürzen ok dann mal poly auf wieder ins verzeihung sie dürfen hier nicht herein ich suche jemanden innen robert haben sie sind so eine geliebte ich habe dich von robert gar nicht zugedrotzt der alte schlabiner also sagen sie mir zuerst wo ich ihn finden kann und dann entschuldigen sie sich bei mir und warum sollte ich sowas tun ich bin eine shelby oh god sorry ich habe sie nicht erkannt ich hätte es ja nie gesagt harry singer hat bei robbie die schichtaufsicht er wird wissen wo ist wo ist harry oben komm sie ich räume ihnen die kisten aus dem weg oh oh ja ja das hatten wir doch oh god oh achso den können wir bestechen ne aha ey da die die gut gut thirds tre gut gut los poli sind terry singer sie kennen sie kenne ich doch sie sind politik eine von den pg blind ist ich war neulich abends im garrison da war vielleicht ein rauschendes fest heute schön dass ihn gefallen hatte so war batan war mir ab du scheiße hat was mit dem chinesen zu tun den er gesehen hat das ganze nicht zugesetzt hat sich freigenommen den ganzen haufen ärger gemacht und wo ist er jetzt unter dem kanal hände beladen kommen wir dahin sie müssen durch die große lage aus wenn sie von dem burschen hilfe brauchen sagen sie ihnen die anweisung von terry wenn wir leider nirgends wollen aber wenn zurück wieder ziemlich knapp jetzt Oh nein, das war blöd. Mr. Shelby! Und die Tür hältst du auf? Warte, kannst du den bestechten? Nein. So, Ada. Du längst ihn ab. Oh Gott. Pauli, hält ihn ein bisschen länger auf. So, Ada. Du. Komm schnell hier durch. Und Tommy, du bist mein Problem, kid. Nein, Pauli ist da glaube ich nicht die richtige für. Da kann man den bestechten. Ne, kann man nicht. Dann geht die schon mal weiter. Irgendwo bitte wieder eine Aufgabe haben. Okay, das ist Tommy's Fall. So, das müsste reichen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zwei, drei, ja. Oh Gott. Ich glaube ich findet einen Weg zum Lagers. Okay, in der Zeit mal Spauly. Den Bestech. Oh Gott. Schwergeburt. Okay, das Zeitfenster war sehr knapp. Okay. Tell me, muss ich dieses Zeitfenster genau reinpassen? Okay. 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 Okay, okay, okay. So weit, so gut. Das muss geknackt werden. Das kann nur Spauly. Oh. Vielleicht schaffen wir es sogar in 2-3 Minuten, das Level. Und Ada. Los du kleine Rebelle. Los. Das war das. Ok. Das war das. 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 Das. Das war 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 das. Uh-huh. Okay. Das gibt uns genug Zeit. Hm. Gott! Boah, das ist aber eine Millisekunde. Vielleicht kann ich hier irgendjemanden bestechen. Okay, Pauly. Ada. Das ist das? Ja. So, und in der Zeit werden die anderen beiden tot getauben. Nein. So, kommen wir Stück für Stück Richtung Ziel. Das ist doch schon mal geil. Was machst du hier? Ist der reinste Labyrinth hier. Wo geht das denn da raus? Wir dürfen gar nicht hier sein. Harry Singer hat uns die Erlaubnis gegeben. Harry, Harry, das ist mein Boss, der hat mir die Stelle verschafft. Es freut mich. Wie heißen sie? Ed. Angenehm, Ed. Ich lasse Harry wissen, wie hilfsbereit sie waren. Also, wie kommen wir jetzt in den Kanal? Durch die Tür, aber da draußen ist ein Tor unter Bewachung. Ah, kümmere dich nicht drum. Danke Ihnen, Ed. So, in der Zeit. So, kommt Pauly. Ada. Macht sich schon mal bereit. Eine wird bestochen. Okay. Der wird bestochen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich muss erst den bestechen, äh, ablenken. Damit ich den in der Mitte bestechen kann. Damit ich dann den ablenken kann. Oh Gott. Äh. Okay, Ada. Ich muss den schon ein bisschen besser. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt muss ich. Ja. Du gehst schon mal hier runter. Und der Helfer. Okay. 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 Haben wir es noch? Oh Gott. Nee. Geschafft. Wir haben es geschafft. Ganz knapp wieder ein Gold vorbei. Nur ein paar Sekunden. Naja. Egal. Wo haben wir Taten? Ich bin... Der bin ich. Im Vernehmen nach haben sie einen Mord beobachtet. Wer will das wissen? Thomas Schalberg von den Peaky Blinders. Ach du Scheiße. Hat er zu ihren Leuten gehört? Scott McClay. Ja. Das war einer von uns. Hören Sie. Es war dunkel. Irgendwie ist es herumgeschichten. Die Polizei hat gesagt, sie hätten den Mörder schon identifiziert und sie müssen nur noch die Aussage machen. Wenn der Täter eh schon haben, macht das ja keinen Unterschied, oder? In der Zeugenaussage steht, dass sie mit Scott in der Spelunke etwas von dem Zeug geraucht haben, das sie gesehen haben, wie es passiert ist. Ich habe das Zeug noch nie angefasst. Ich habe auch so schon genug geärgert. Um ehrlich zu sein, war ich gar nicht dort. Wer hat sie zu der Aussage gedrängt? So ein großer Kerl. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Mit einem Schnurrbart. Ungefähr 1,90 Meter. Oh nein. Helper. Doch, der könnte es gewesen sein. Nur noch Helper. Ich das erste Mal, dass die Polizei das Gesetz selbst in die Hand nimmt. Was machen wir denn jetzt damit? Also Pauli, ich brauche erst ein bisschen Abstand. Etwas halt zum Nachdenken. Was? Wir müssen zurück zu den Chinesen. Ihnen erklären, dass Scott das nicht war. Nun ist überstürzend, Pauli. Und ich glaube kaum, dass uns die Chinesen so einfach das abkaufen. Nur weil der Zeuge die Tat nicht gesehen hat, heißt das auch gar nicht, dass es nicht passiert ist. Also vielen Dank für Ihre Mithilfe, Robert Hanen. Ich warne Sie allerdings, uns nicht nur einmal in die Quere zu kommen. Ehrlich, ich wusste doch nicht, dass das ein Pickebleiner war. Das mag ja sein. Warten Sie, ich kann Ihnen auch einen Gefallen tun. Gewissermaßen als Entschuldigung. Ich weiß alles über die Lieferung hier. Hab immer einen Ohrarm, brav. Nicht jetzt, aber wir kommen in ein paar Tagen bei mir vorbei, dann können wir weiterreden. Vielen Dank, Mr. Shabby. Ja, was machen die jetzt? Pauli, Ada, wir sehen uns morgen früh. Kommi, du brauchst jetzt einen kühlen Kopf. Pauli, einen kühlen Kopf ist das Letzte, was ich jetzt will. Und damit haben wir es schon wieder arschknapp geschafft. Am Gold vorbei. Oh Mann. Wir haben sogar wieder alle Sammelgegenstände. Das gibt es doch nicht. Ein bisschen besser müssen wir es bei der nächsten Folge planen, wenn es heißt Grabe Stille. Vielen Dank für's Zusehen und bis dann. Euer Tashi. Ciao. Ciao. Ciao.